Die Aktienkurse haben sich in den vergangenen Tagen stark unterschiedlich entwickelt. Viele Werte haben neue Rekordstände erreicht, aber vor allem Technologieaktien waren stark unter Druck. Viele Anleger überlegen nun, ihr Depot umzustrukturieren und fragen sich dabei, welche steuerlichen Auswirkungen hat das Ganze? Kann ich Kursverluste mit Kursgewinnen verrechnen? Muss ich eventuell eine Steuererklärung abgeben? Ich erkläre euch in diesem Video die Grundlagen der Besteuerung von Aktienkursgewinnen und ich zeige euch am Ende einen Fall, wie es unter gewissen Voraussetzungen gelingt, dass ihr die Anzahl der Aktien, die ihr besitzt, deutlich erhöht, ohne dass ihr neues Geld in die Hand nehmen müsst. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Heute geht es um das Thema Besteuerung von Aktienkursgewinnen. Vorneweg ein Hinweis, ich bin kein Steuerberater, ich bin lediglich Privatanleger. Ich erzähle aus meinen eigenen Erfahrungen. Es kann bei euch alles auch anders sein, weil bestimmte Voraussetzungen vorliegen etc. Also im Zweifel immer einen Steuerberater fragen und hinzuziehen. In diesem Video möchte ich vor allem die besteuerliche Behandlung von Aktienkursgewinnen und Aktienkursverlusten betrachten. Nicht behandelt wird hier, wie es bei ETFs aussieht. ETFs ist ein eigenes Thema, hierzu habe ich bereits ein Video gemacht. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Anleger in Deutschland handelt, dessen Sparerfreibetrag bereits ausgeschöpft ist. Was der Sparerfreibetrag ist, habe ich ebenfalls schon mal ein Video dazu gemacht. Und wir gehen davon aus, dass der Anleger keine Kirchensteuer zu zahlen hat, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Im Zweifel, wenn ihr also Mitglied in der Kirche seid, kommen noch 8 oder 9% Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer obendrauf. Grundsätzlich gilt, bei der Besteuerung von Aktienkursgewinnen ist es anders als bei der Besteuerung von Dividenden. Bei Dividenden wird ja ein Unterschied gemacht, ob die Firma eine deutsche Firma ist oder ob die Firma ihren Sitz irgendwo im Ausland hat und eventuell Quellensteuern anfallen. Bei Aktienkursgewinnen gilt das Ganze unabhängig vom Herkunftsland der Firma. Also es ist völlig egal, ob wir jetzt eine Firma aus den USA haben, aus der Schweiz oder aus Deutschland. Die Behandlung der Kursgewinne ist überall gleich. Betrachten wir nun mal den ersten und den einfachsten Fallen. Nehmen wir an, ein Anleger hat 100 Aktien zu jeweils 50 Euro inklusive Nebenkosten gekauft. Also er hat damals 5000 Euro investiert. Nun ist die Aktie deutlich gestiegen. Sie steht bei 90 Euro. Die gesamte Position ist also 9000 Euro wert und er möchte die verkaufen. Damit erzielt er 9000 Euro. Die Transaktionskosten habe ich hier jeweils schon mit reingerechnet. Es ist so, die Transaktionskosten mindern auch den zu versteuern Gewinn. Nehmen wir also an, die 9000 Euro sind das, was er nach Transaktionskosten, also nach seinen Gebühren, die er in den Broker zahlt, herausbekommt. Und die 5000 Euro waren der Betrag, den er vorher inklusive Spesen gezahlt hat. Damit ergibt sich ein Gewinn vor Steuern von 4000 Euro. Auf diese 4000 Euro wird nun die Abgeltungssteuer fällig. Die Abgeltungssteuer beträgt 25%, also 25% von 4000 Euro sind 1000 Euro Abgeltungssteuer. Auf diese 1000 Euro Abgeltungssteuer wird auch weiterhin der Solidaritätszuschlag fällig in Höhe von 5,5%. Das heißt, in Summe werden bei dieser Transaktion bei 4000 Euro Gewinn, werden 1055 Euro Steuern fällig. Diese Steuern führt die Bank direkt für euch ab. Das heißt, ihr braucht nachher nichts mehr in der Steuererklärung anzugeben. Die Bank führt diese direkt ans Finanzamt ab. Das Ganze funktioniert allerdings nur bei Banken, die in Deutschland ansässig sind. Also zum Beispiel bei einer Comdirect, bei Consors, bei der DKB, bei der ING, bei Flatex, bei Smart Broker, bei Trade Republic oder bei Scalable. Bei diesen Brokern übernimmt der Broker für euch die Abführung der Steuern. Ihr braucht nachher keine Steuererklärung mehr abzugeben. Ihr braucht euch da nichts weiter zu kümmern. Das Ganze ist damit erledigt. Allerdings, wenn ihr ein Konto bei DeGiro oder bei CapTrader habt, also bei Brokern, die im Ausland ansässig sind, dann müsst ihr diese Gewinne nachher selbst in der Steuererklärung angeben und selbst die Versteuerung eben vornehmen. Unter gewissen Voraussetzungen, das ist meist der Fall, wenn ihr Student, Rentner oder Geringverdiener seid, dann könnt ihr die Kapitalerträge in der Steuererklärung angeben und eine sogenannte Günstigerprüfung durchführen. Günstigerprüfung bedeutet, dass das Finanzamt prüft, ob eine Versteuerung zu eurem normalen Grenzsteuersatz günstiger für euch wäre, als die Versteuerung zum Abgeltungssteuersatz. Wenn das der Fall ist, erstattet euch das Finanzamt die Differenz, aber schlechter gestellt werden könnt ihr dabei nicht. Also, wenn ihr wenig verdient, prüft das Ganze, ob ihr hier etwas vom Finanzamt zurückbekommen könnt. Kommen wir nun zum zweiten Fall und hier wird es spannend, nämlich da hat jemand in mehreren Branchen gekauft. Nehmen wir ein Beispiel jetzt mal an, er hat 20 Aktien zu 70 Euro gekauft und dann, die Aktie ist gefallen, er hat bei 50 Euro nochmal 30 Aktien nachgekauft. Im Schnitt hat er also 58 Euro für seine Aktien bezahlt. Nun sind die Aktien gestiegen und er verkauft 30 Aktien davon zum Kurs von 100 Euro. Er erlöst also 3000 Euro. Bei diesem Verkauf gilt das sogenannte FIFO-Verfahren. FIFO steht für First In, First Out. Also die Stücke, die zuerst gekauft worden sind, werden auch zuerst verkauft. Es wird kein Durchschnittskurs gebildet. Das Ganze führt dazu, dass er in unserem Beispiel 20 Aktien mit Einstandspreis 70 Euro verkauft werden und 10 Aktien mit Einstandspreis 50 Euro. In Summe erlöst er 3000 Euro. Der Einkaufswert beträgt 1900 Euro. Das bedeutet, wir erzielen einen Gewinn von 1100 Euro. Und auf diesen Gewinn von 1100 Euro ist die Abgeltungssteuer von 25% plus der Soli fällig. Also es sind 275 Euro Abgeltungssteuer und 15,13 Euro Soli. Wichtig dabei, und das hat bei einigen zu Irritationen geführt, wenn ihr so einen Teilverkauf macht, dann passen viele Broker den Einstandskurs natürlich an. Das heißt, während der Einstandskurs bei dieser Position vorher 58 Euro war, wird nach dem Teilverkauf ein Einstandskurs von 50 Euro dort stehen. Also lasst euch nicht davon irritieren, wenn nach einem Teilverkauf der Einstandspreis einer Position sich ändert. Ein ganz wichtiger Hinweis noch, bevor wir dann zum dritten Fall kommen. Aktienkursverluste, die ihr irgendwann mal realisiert habt, die werden von der Bank vorgetragen. Wenn ihr dann Gewinne aus Aktienverkäufen realisiert, dann werden die miteinander verrechnet. Aber es werden nur Aktienkursgewinne gegen Kursverluste gerechnet. Es erfolgt keine Verrechnung, wenn ihr Dividendenerträge erzielt. Es erfolgt keine Verrechnung mit Gewinnen aus Optionsgeschäften. Und es erfolgt keine Verrechnung mit Erträgen aus ETFs. Das Ganze kann durchaus sehr ärgerlich sein, wenn man eine Aktienposition zum Beispiel über eine Put-Option abgesichert hat und dann mit dem Put die Gewinne erzielt und gleichzeitig der Verlust bei der Aktienposition da ist. Man muss den Gewinn aus der Option versteuern, darf aber den Verlust aus dem Aktiengeschäft, zu dessen Absicherung das Ganze eigentlich gedacht war, nicht mit verrechnen. Der Broker führt Verluste, wenn ihr die in einem Jahr mal realisiert habt, auch über mehrere Jahre fort. Wenn ihr das nicht möchtet, weil ihr zum Beispiel beim Broker A einen Gewinn aus Aktienkursgeschäften erzielt habt, beim Broker B aber einen Verlust erzielt habt und das Ganze verrechnen wollt miteinander, dann könnt ihr bis etwa Mitte Dezember eine sogenannte Verlustbescheinigung beantragen. Dann setzt der Broker zum Jahresende euer Konto-Aktienkursverluste auf Null zurück, stellt euch die Verlustbescheinigung aus und mit dieser Verlustbescheinigung und zusammen mit der Steuerbescheinigung des anderen Brokers, bei dem ihr Kursgewinne erzielt habt, geht ihr zum Finanzamt, reicht die Anlage KAP ein. Das Finanzamt wird dann beides miteinander verrechnen und euch die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer zurückerstatten. Und nun kommen wir zum dritten und wie ich finde spannendsten Fall. Nehmen wir an, ein Anleger hat bereits im Lauf des Jahres Kursgewinne in Höhe von 10.000 Euro realisiert. Dann hat er hierfür bereits 2.500 Euro Abgeltungssteuer bezahlt und 137,50 Euro Soli. Das hat die Bank schon für ihn abgeführt. Und wichtig, die Bank hat es abgeführt in dem Moment, wo die Transaktion stattfindet. Also wenn ihr bei Trade Republic oder so seid und transferiert erst später das Geld vom Brokerkonto auf dem Bankkonto, hat es keinen Einfluss auf den Besteuerungszeitpunkt. In dem Moment, wo ihr bei Trade Republic den Verkauf gedetigt habt und das Geld noch bei Trade Republic ist, wird die Abgeltungssteuer bereits abgeführt. Und nun nehmen wir an, der Anleger hat eine Position im Technologiesektor. Er hatte 100 Aktien zu 80 Euro gekauft. Die Kurse sind kräftig gefallen. Die Aktie notiert noch bei 40 Euro. Also er hat 8.000 Euro investiert. Aktueller Wert sind 4.000 Euro. Wenn er nun diese Position verkauft und den Verlust von 4.000 Euro realisiert, erstattet ihm der Broker die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer zurück. Das bedeutet, der Verlust wird mit den vorherigen Gewinnen verrechnet. Damit bekommt er auf die 4.000 Euro Verlust die Abgeltungssteuer in Höhe von 25%, also 1.000 Euro in dem Fall, plus 55 Euro Solidaritätszuschlag, erstattet zusätzlich zu seinen 4.000 Euro Verkaufserlös. Er verkauft also Aktien im Wert von 4.000 Euro, bekommt aber 5.000 und 55 Euro auf sein Konto gezahlt. Und der Trick ist eben folgendermaßen, wenn ihr jetzt eine Aktie habt, von der ihr absolut überzeugt seid und die ihr sehr, sehr langfristig über mehrere Jahre halten wollt, dann kann es interessant sein in dem Szenario, die Aktie jetzt mit 4.000 Euro Verlust zunächst zu verkaufen, die Steuererstattung zu nehmen und gleichzeitig für 5.000 und 55 Euro dieselbe Aktie wieder zu kaufen. Damit könnt ihr, ohne dass ihr neues Geld in die Hand nehmt, aus 100 Aktien einen Bestand von 126 Aktien machen. Klar, das Ganze wird dazu führen, dass ihr natürlich in der Zukunft mehr Gewinne zu versteuern habt. Aber ihr habt eure Position erhöht, ihr habt ein höheres Investment jetzt und ihr profitiert natürlich dann auch stärker von Kurssteigerungen. Zudem habt ihr den Versteuerungszeitpunkt in die Zukunft verschoben. Das heißt, ihr profitiert so lange eben von dieser Liquidität und vielleicht ändert sich in Zukunft ja auch mal unser Steuersystem. Es kann ja durchaus sein, dass wieder wie in der Vergangenheit eine Spekulationsfrist eingeführt wird und dass nach einer gewissen Haltedauer dann Kursgewinne steuerfrei sind. Wenn das Ganze kommt, dann seid ihr natürlich die großen Gewinner. Wichtig ist, bei der technischen Umsetzung müsst ihr zwei Sachen beachten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Depots habt, kommt nie auf die Idee, um den Spread zum Beispiel zu sparen, dass ihr auf dem einen Depot die Verkaufsorder zu 40 Euro reinlegt und gleichzeitig mit dem anderen Depot von euch selbst quasi für 40 Euro die Aktie kauft. Das Ganze ist in Deutschland strafbar. Das nennt sich Marktmanipulation. Solche Trades werden als Wash-Trades bezeichnet und die werden von der BaFin ganz hart verfolgt. Wenn ihr diesen Punkt umschiffen wollt und auch noch einen zweiten Punkt, der vor allem früher immer so im Raum stand, nämlich das Thema steuerlicher Gestaltungsmissbrauch. Wenn ihr die beiden Punkte umschiffen wollt, empfehle ich euch folgendes Vorgehen und so mache ich es. Kauft als erstes die neue Position. Dann verkauft ihr die alte Position, also die zuerst einstehende, die ihr loshaben wollt. Und da das FIFO-Verfahren gilt, werden automatisch die Stücke, die als erstes im Depot waren, auch als erstes verkauft. Also in unserem Beispiel, wenn die Stücke zu 80 Euro einstehen, dann auch verkauft. Und ihr habt am Ende genau den Effekt, den ihr wollt. Die neue Position mit der neuen Stückzahl, in dem Fall mit 126 Stücken, mit einem Einstandspreis von 40 Euro pro Stück. Das Ganze erfordert natürlich ein bisschen Liquidität, aber es ist der sichere Weg, um allen möglichen Fallstrecken hier zu umgehen und um eure Position ein ganzes Stück zu erhöhen. Wenn ihr Freunde, Bekannte kennt oder in WhatsApp oder Facebook-Gruppen seht, dass Leute Fragen zu diesem Thema Abgeltungssteuer bei Aktien haben und für die vielleicht dieser Trick auch sehr interessant wäre, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video weiterverteilt, wenn ihr die Freunde darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.